Eine Bildschirmaufnahme mit dem iPad erfolgt über das Kontrollzentrum. Das sind diese grauen Symbole hier oben. Man sieht auch, dass gerade eine Bildschirmaufnahme läuft an diesem blinkenden Symbol. Aber wie komme ich an das Kontrollzentrum ran? Das Kontrollzentrum öffnet sich, indem ich mit dem Finger von rechts oben nach unten wische. Dann komme ich auf das Kontrollzentrum. Dieses Symbol zeigt mir, dass ich gerade eine Bildschirmaufnahme mache. Wir wollen uns angucken, wie ich an dieses Symbol komme, denn das muss ich erstmal im Kontrollzentrum ablegen. Das schauen wir uns gleich mal an. Zunächst einmal muss ich in den Bereich Einstellungen gehen, erkennbar an diesem Zahnrad-Symbol. Dann gehe ich in den linken Bereich, wische nach oben und suche mir dort den Menüpunkt Kontrollzentrum aus. Da gehe ich drauf. Dann gehe ich in den Bereich Steuerelemente anpassen. Und jetzt überprüfe ich, ob hier in diesem oberen Bereich Einbeziehen erkennbar an diesen roten Symbolen entweder die Bildschirmaufnahme schon abgelegt wurde. Dann weiß ich, dass ich über das Kontrollzentrum an die Bildschirmaufnahme komme. Sollte das nicht der Fall sein, überprüfe ich hier unten weitere Steuerelemente, ob die Bildschirmaufnahme hier zu sehen ist und drücke auf das entsprechende grüne Plus. Dann wird die Bildschirmaufnahme im Kontrollzentrum abgelegt. So, wie funktioniert jetzt eine Bildschirmaufnahme? Ich aktiviere das Kontrollzentrum, wie gesagt, von rechts oben nach unten ziehen. Und dann habe ich hier mein Steuerelement der Bildschirmaufnahme. Jetzt im Augenblick nimmt das iPad den Bildschirm auf. Das sieht man daran, dass das hier schön rot blinkt. Normalerweise ist das ausgegraut. Das heißt, ich halte meinen Finger auf dieses Symbol und dann erscheint ein weiteres Menü, ein Untermenü und dort steht dann Aufnahme starten. Natürlich in diesem Fall kann ich das nicht zeigen, weil ich gerade in der Bildschirmaufnahme bin. Wichtig ist dabei, dass man hier vorher das Mikrofon aktiviert, wenn man seine eigene Stimme mit aufzeichnen möchte. Dann tippe ich einfach irgendwo wieder hin. Das Kontrollzentrum ist weg. Jetzt kann ich also meine Bildschirmaufnahme machen und etwas drauf sprechen. Und wenn ich die Bildschirmaufnahme unterbrechen möchte, dann gehe ich hier oben in diesen Bereich. Dort sieht man das Symbol, dass jetzt gerade eine Bildschirmaufnahme ist. Und drücke einfach dort drauf und unterbreche die Aufnahme, die dann hier unten in der Foto-App gesichert ist. So, jetzt fragt ihr euch natürlich auch noch, wie ist der denn an dieses Zeigetool gekommen? Weil, das ist ja immer das Problem, wenn ich mit dem Finger über den Bildschirm wische, ich habe ja hier keine Maus, kein Zeigetool. Das ist ja etwas anderes als beim Rechner. Da kann man sich folgender Hilfsmittel bedienen, indem man hier wieder auf die Einstellung geht, dort in den Bereich Bedienungshilfen. Und wenn ich in Bedienungshilfen bin, der zweite Punkt von oben, Zoom, da gehe ich mal drauf und sage Zoom einschalten. So, da erscheint schon ein kleines Fenster, wie man hier sieht. Das kann am Anfang auch größer aussehen. Wenn ich das verändern will, sollte ich folgendes tun. Zum einen sollte ich den Zoom-Bereich auf Zoom-Fenster stellen. Das ist hier schon aktiv. Und um das Fenster selber zu verändern und auch den Zoom-Bereich zu verändern, also wie stark gesoomen wird, gehe ich hier auf den Zoom-Controller. Den schalte ich mal ein. Das passiert hier oben im oberen Bereich. Steuerung einblenden. Und dann habe ich hier mein Zoom-Steuerungstool. Ich drücke einmal auf dieses Zoom-Steuerungstool. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, die Größe meines Zooms zu verändern. Meines Zoom-Fensters. Ein erneutes Drücken auf das Steuerungstool sagt mir auch, wie stark gesoomt werden soll. Könntest du das ja mal hier angucken. Da ist also der Zoom entsprechend größer. Oder eben halt kleiner. Wenn ich jetzt also eine Bildschirmaufnahme machen möchte und möchte dieses Viereck sozusagen als Zeigetool nutzen, dann sollte ich aber vorher dieses Steuermodul, diese Steuerung, wieder deaktivieren. Jetzt ist sie weg. Und jetzt kann ich also bestimmte Bereiche deutlich machen. Da ist es eine Bildschirmム tode. Und wenn ich jetzt eine Bildschirmative steuere, kann ich jetzt aber auch etwas über den Kopf sehen. Das ist eine Bildschirmmögliche. Und jetzt kann ich jetzt eine Bildschirmaufnahme machen. Vielen Dank.